Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW 4 von der Baureihe 146.5 in dieser DB-Lackierung, die heute mal ausnahmsweise auf dem RE50 unterwegs ist, also im Nahverkehr und das Ganze entsprechend mit Dostos von DB Gebrauchzug. Wir sehen es hier hinten dran. Damit alles in Bewegung bleibt, ein Fahrzeug von dbgebrauchzug.de im Einsatz. Wir sind also in einem Ersatzzugwagenpark unterwegs und da hat man als bestmögliche Lok die 146 von DB Fernverkehr akquirieren können. Dementsprechend sind wir jetzt hier mal unterwegs, fahren von Riesa nach Dresden und ich würde sagen, es geht los. Es ist auch sehr, 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 ja, ein ziemliches Schiedsweather, kann man dazu sagen, zumindest in Norddeutschland. Wir öffnen die Türen an dieser Stelle, schalten uns die PZB und die LZB an und dann müssen wir noch die Lichter einstellen. Das ist übrigens ordentlich gewittrig. Bremsausfall R ist in Ordnung. Sie verlassen wir aus. Dann können wir uns wieder hinsetzen. Schalten noch die AFB hinzu. Und gerne auch noch hier den Pultbeleuchtungsdimmer. Oberer Zugart ist in Ordnung. Und ja, ich weiß nicht, ob wir hier ein Ziel schildern können. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja. Dresden Hauptbahnhof. Ja, aus irgendeinem Grund geht das nicht oder müssen wir das noch erstmal bestätigen? Ja, es geht leider nicht. Gut, dann machen wir die Türen zu. Auf den Dostos hinten steht es drauf. Wir sehen es dort. Jawohl. Dann stellen wir die AFB mal auf 40 ein. Und auf geht's. Scheibenwischer natürlich aktiviert. Also es ist ordentlich gewittrig. Wir hören's. Gewitter Soundeffekte übrigens auch die von meinem guten Freund, dem Manni. Kann ich absolut empfehlen. Es klingt unfassbar gut. Und es hat selbst fast, glaube ich, an den Animationen der Blitze geändert. Also vielleicht sehen wir sogar noch später einen Blitz. Mit etwas Glück. Dann ebenfalls mit dabei generell die 146. Ihr seht, die sieht ein bisschen anders aus als die Standard 146, die wir haben. Das liegt daran, dass das die 146 ist aus dem Trax Enhancement Pack von meinem guten Freund, dem Mabitze. Das Pack ist allerdings noch nicht in dieser Form öffentlich zugänglich. Daher ist das so ein kleiner Sneak Peek, den wir uns hier erlauben können. Ich befreie mich mal kurz aus der Beeinflussung. Einmal PCP freigedrückt. So, dann nehmen wir die Leistung wieder zurück. Und setzen mal die Leistung auf, die AFB auf 120. Also praktisch die Vorauswahl der Geschwindigkeit. Sehen wir hier an diesem gelben Viereck. Und dann können wir wieder langsam Leistung aufschalten. Nächster Halt ist dann Glaubitz an 5 Kilometern. Genau, also Trax Enhancement Pack. Okay, das passt soweit. Wir haben nämlich hier ein... Ist das ein Leader Display? Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Leader sagen, glaube ich, ein bisschen anders aus. Zugnummereingabe. Also not sure, was genau das ist für ein Display. Und hier GSM-R hat auch eine andere Textur. Allerdings nicht bedienbar. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube generell, das hier ist alles neu texturiert. Also da könnt ihr euch auf ein sehr schönes kleines Enhancement Pack freuen. Mit verschiedenen Repaints vor allen Dingen. Also einerseits ist hier im Innenraum, im Führerstand ein bisschen was anders. Andererseits aber eben auch... Ein paar neue Repaints, unter anderem DB Fernverkehr. Gucken wir uns gleich auch nochmal in Ruhe an. Eieiei, hört ihr das Gewitter? Das ist der Wahnsinn. Genau, und Gewitter-Mod, Sound-Mod von Manni in der neuesten Version. Das verlinke ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Das Trax-EP kann ich euch leider nicht verlinken. Weil das, wie gesagt, noch nicht öffentlich zur Verfügung steht. Aber ich wollte es jetzt einfach auch mal zeigen, dass das existiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Sounds waren bisher die gleichen. Scheinen mir keine neuen Sounds zu sein. Ich weiß nicht, ob das noch vielleicht ebenfalls Teil des Enhancement Packs sein wird. Ich will es jetzt nicht ankündigen. Aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch nochmal was an den Sounds getan wird. Aber ja, genau. Wir sehen hier, hier ist eben so ein Display eingebaut. Das ist auch nicht nur eine Textur, sondern tatsächlich ein 3D-Objekt. So, und wir müssen uns jetzt mal langsam bremsbreit machen. Dazu nehmen wir einmal den Leistungshebel runter und setzen ihn auf 0. So, und noch 1,2 Kilometer. Und 1 Kilometer noch ungefähr. Jetzt müssen wir allerdings hier mal kurz den Hauptschalter rausnehmen und bremsen. Jetzt haben wir keine elektrische Bremskraft zur Verfügung. Sondern nur noch die Zugbremse. So, und jetzt können wir wieder den Hauptschalter einschalten. Jetzt haben wir auch die dynamische Bremse. Genau, wir sind ja kein Intercity. Wir sind hier ein Regionalexpress, auch wenn es tatsächlich das Farbgewand eines Intercities ist. Okay, ich habe den Bahnsteig für etwas länger gehalten. Ups. Ja, meine Damen und Herren, bitte steigen Sie nicht im ersten Wagen aus. Ja, ne, also soviel zu unserem Zug. 146.5 Hier von DB Fernverkehr AG Frankfurt am Main Bombardier 140 Wie bitte? Wir können nur 140 fahren? Wobei, das ist die Schleppgeschwindigkeit, oder? Frage ich mich gerade. Müsste doch eigentlich die Schleppgeschwindigkeit sein. Weil hier steht 160. So, nicht zu viel Leistung. Sonst drehen uns wieder die Räder durch. Da kommt der Gegenzug. Ne, gar nicht. Es ist eine 143. Mit einem Güterzug. So, wir lassen den einmal an uns vorbeifahren. Ich habe mich aus Versehen den Richtungswender in die Neutralstellung gebracht. Falsche Taste gedrückt. Nächster Halt ist dann Lünkritz in weniger als zwei Kilometern. und dann auch ein paar Mal. Das ist das Problem. Ich weiß, das ist das Problem. Also, das ist das Problem. Und dann ist das Problem. Das ist das Problem. Also, das ist die Schleppgeschwindigkeit. So, ein Kilometer noch. Leistung nehmen wir raus und diesmal bremsen wir vielleicht etwas früher rein. So, einmal die E-Bremse voll reingenommen. Ja, okay, das passt. Das passt doch. So, jetzt ist sie wieder eingekoppelt. Wir schalten Leistung auf, lösen die Lokbremse. So, und dann geht es weiter. Da kommt uns ein Talent 2 noch entgegen. Den grüßen wir einmal. Kurz auf- und abgeblendet. Lichteinstellung, Fernlicht, Signallicht. Und weiter geht's Richtung Priesterwitz in 10 Kilometern. Der Ort heißt bekanntermaßen so, weil Priester dort besonders viele Witze erzählt haben. Das war eine absolute Fehlinformation. Das ist natürlich nicht der Fall. Bevor das irgendjemand weitererzählt und sagt, ja, der Transimplayer hat das gesagt. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet das auch schon selbst euch gedacht haben, dass Priester dort keine großartigen Witze erzählen. Ich dachte mir, es ist auch mal zwischendurch ganz schön bei schlechtem Wetter zu fahren. Gerade auch mal bei Gewitter, weil ich einerseits gerne mal wieder zeigen wollte, was so der aktuelle Stand der Dinge ist im Entwicklungsstand der Wetter-Mod. Andererseits hat es ja auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder sehr heftig teilweise gewittert und gestürmt, gerade in Westdeutschland. Auch wenn wir jetzt hier natürlich im Osten sind, aber... Ich habe heute den Artikel gelesen, dass aufgrund der Extremwetterereignisse, unter anderem aufgrund der Extremwetterereignisse, die Bahn, also die Deutsche Bahn als Gesellschaft in der ersten Jahreshälfte tatsächlich sehr große Verluste bisher eingefahren hat. Da gab es natürlich auch viel mehr Gründe als das. Es waren auch unter anderem Baustellen und Ausfälle wegen Personalmangel und so weiter und so fort. Aber auch teilweise Extremwetter mit sehr starken Regenfällen, mit Hangrutschen, mit kaputten Oberleitungen durch Bäume, die durch starken Wind entwurzelt worden sind und dann auf die Oberleitung gefallen sind. Oder auch teilweise Sachen, die sich in der Oberleitung verfangen haben. Und dann, wenn ein Zug mit einem Pantografen daran vorbeifährt, dann kann es durchaus mal passieren, dass der Pantograf auch dann abreißt. Und das ist auch passiert immer mal wieder. Also es gab viele Gründe und die Bahn hat leider deshalb einen sehr, sehr großen Verlust gemacht. Aber ja, Extremwetterereignisse sind tatsächlich ein großes Problem mittlerweile. Waren sie natürlich schon immer. Problem ist, nur jetzt erstens sind wir zu schnell, aber nur 5 kmh, das kriegen wir eigentlich hin. Das sollte die AFB auch hinbekommen. Und zweitens ist es halt vor allen Dingen deshalb schlimm, weil sich Extremwetterereignisse ja immer häufiger zeigen aufgrund des Klimawandels. Was ja dazu führt, dass eine heißere Welt auch vor allen Dingen in unseren Breitengraden auch eine nassere Welt ist. Und das wird Deutschlands Problem vor allen Dingen sein. Einerseits Dürre auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt sehr, sehr, sehr starke, fast schon monsunartige Regenfälle und Gewitter. Und wir haben ja die Katastrophen gesehen, die passieren können im Ahrtal. Ihr habt es ja selbst vermutlich mitbekommen, vor, ich glaube, mittlerweile drei Jahren die Katastrophe, die ja durch extreme Regenmassen ausgelöst wurde. Aber auch im Restdeutschland gab es auch in den letzten Monaten, gerade in Süddeutschland, ja immer wieder krasse Überschwemmungen. Es gibt tatsächlich auch und das ist eine an sich interessante Statistik, auch wenn sie sehr traurig ist. Es gibt an sich tatsächlich mittlerweile mehr Tote durch Blitze als früher noch vor einigen Jahrzehnten gemessen. Also wirklich, das ist einfach Fakt, dass es gemessen ist, weil es einfach mehr Blitze gibt, mehr Gewitter und dadurch eben mehr Blitze und dadurch werden halt eben auch mehr Menschen getroffen durch mehr Blitze. Und sagen wir mal so, wir kennen alle diese Geschichten von irgendwelchen Leuten, die so achtmal von einem Blitz getroffen worden sind und das überlebt haben, aber wir kennen nicht die Geschichten von den Leuten, die einmal getroffen worden sind und das halt leider nicht überlebt haben. sowas wird dann maximal so am Rande erzielt. Das ist ein ernsthaftes Problem tatsächlich und auch übrigens Blitze für die Bahninfrastruktur auch nicht besonders gut, wenn ein Blitz in die Oberleitung einschlägt. Ich kenne mich da jetzt nicht in Detail mit dem technischen aus, was dann passieren würde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht gut ist für die Oberleitung. So, wir wechseln einmal das Gleis, genug über den Klimawandel geredet. Wir kommen uns wieder darum, dass wir hier in Priesterwitz zum Anhalten kommen. Na, ich glaube, wir müssen ein bisschen heftiger reinbremsen. Ja, definitiv. Und schon wieder überschossen. Was wir mal machen könnten, wäre vielleicht ein Foto. So, vielleicht. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, übrigens hier diese verramschten Dostos, ne, damit alles in Bewegung bleibt. Ich glaube, das ist sogar ein Creators Club Repaint, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, allerdings ist es tatsächlich eins. Also, sieht ein bisschen so aus von der Texturqualität her, ne? Vor allen Dingen steht hier die B... Uff. Okay, äh... Ja, gucken wir da nicht so genau hin auf den kleinen Rechtschreibfehler, auf den großen Rechtschreibfehler. Ähm, ja. Egal. Es ist trotzdem an sich ein schönes Repaint, auch wenn es einen gravierenden Rechtschreibfehler gibt. Mehr als einen. Egal. Passiert den Besten. So. So. Auf geht's nach Niederau oder Niederau. So, wir dürfen einen Ausfall mit 60. weiter in 60 signalisiert. In Niederau leben gerade mal 4.119 Menschen. So, wenn wir mit dem Zug über die Weiche drüber sind, dann können wir wieder auf Streckengeschwindigkeit hoch. Und zwar müssen das 120 sein. Genau. Auf der AFP sind schon die 120 eingestellt. Dann schalten wir wieder Leistungen zu und fahren in Richtung Niederau. So. Danach kommt Weinböhler, Kosswig, Radebeul. Nee, gar nicht. Doch, doch. Nach Kosswig kommt Radebeul, ja. Niederau hat eine Bevölkerungsdichte von 117 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer, was halt absolut nichts ist. Das ist ja der Wahnsinn. 117 Personen pro Quadratkilometer. Ja. Ich glaube zur Niederau gibt es auch nicht so viel mehr zu sagen. Das ist jetzt glaube ich nicht die spannendste Stadt der Welt. Aber bestimmt auch schön. Stadt ist auch glaube ich ein bisschen zu groß gesprochen für Niederau. 5 Kilometer noch. Es klart leider nicht auf. Wir haben weiterhin richtig schlechtes Wetter. Ja. 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 vorbei an den kühen ist eigentlich das licht in den wagen an drei kilometer noch ein bühler kostet ich gerade wohl und dann sind wir auch schon in resten ja kann das mal die pult beleuchtung noch an machen ich glaube die schalter neues hans kann das sein klingt ein bisschen so so niederau in 1,5 kilometern wir nehmen die leistung raus und machen uns brems bereit fangen schon mal an mit der elektrischen bremse vor ein zu bremsen und dann nehmen wir gleich die zugbremse hinterher so wir lösen noch mal und halten an ist das ein güterzug hier vor uns einfach leere wagen hier rumstehen turn off können einmal ganz kurz ist das laut leute kurz mal in die wagen rein alt bekannt alt bekannt und heiß geliebt machen wir die anhalt beleuchtung an die ist viel schöner so türen sind zu wir fahren ab ich weiß gar nicht hat die 146 die neuen regeneffekte ich glaube nicht mal nee es wurden ja mit tsp4 neue regeneffekte eingeführt bei den fahrzeugen die sind allerdings eben nur auf den neueren fahrzeugen zu sehen das ist so eine art abstellung hier die ist mir noch nie vorher aufgefallen die ist doch nicht auf der doch da auf der karte ist das schon auch wir haben ein halts eigenes signal voraus und weinböhler ist in 200 metern schon da also müssen ordentlich rein bremsen sowieso ja ich glaube das klappt jawohl signal ist auch wieder auf fahrt umgesprungen wo kommen die denn alle her wo kommen die denn alle her da kommen sie her auf geht's sind allerdings noch in der 45er überwachung und in der 1000 herz beeinflussung daher müssen wir natürlich aufpassen beim beschleunigen so jetzt können wir uns befreien und beschleunigen ich überlege gerade warum sehen wir eigentlich keine blitze bewölkungsgrad ist hoch niederschlags hoch nässegrad ist hoch schnee brauchen wir nicht windstärke ist glaube ich auch nicht so relevant windrichtung ebenfalls nicht also eigentlich sind das die perfekten voraussetzungen für blitze zumindest im simulator in realität muss da natürlich noch ein bisschen mehr dazu kommen aber wenn die blitze sehen wollte dann hier am pantographen da so von rechts kommt keiner rechts vor links gilt natürlich nicht was aber gilt ist dass wir anhalten müssen und zwar in krossweg in 1,5 km daher bremsen wir schon mal langsam rein und dann sind wir hier in krossweg und dann sind wir hier in krossweg ab hier dürfen wir noch wieder 120 fahren können wir auch schon mal in der afb einstellen so und das passt doch hervorragend ja ich würde sagen das ist ein ziemlich guter halt schön dass ich das selbst bewerte aber einer muss es ja machen einer muss es ja mal sagen ich fahre mich gerade das finde ich jetzt los fahre ob ich mit der kamera hier raus fliege oder ob ich hier drin bleibe ach ich bin mit der drei kamera drin ne sehr gut schaut an nein ah jetzt bin ich damit raus geh wir versuchen das gleich nochmal erst konzentrieren wir uns mal dass wir hier raus kommen und nach radebeul fahren oh da war ein blitz habt ihr es gesehen so ich bin Mit den altbekannten Dostos im Simulator unterwegs, man kennt es. Huch, der Blitz war aber sehr nah. Auch schön, wie sich unser Zug hier einmal durchwindet. Und weg ist er. Wir halten nicht an. Hatte kurz Panik. Aber hier halten wir nicht. Hier in. Ähm. Was sind wir dann hier? Zitsche weg. Da war ein Blitz. Und da ist der Donner. Vorbei am nächsten Haltepunkt. Kutschenbruder. Kutschenbruder. Habe ich Vorbehalte gegen Ostdeutschland? Nein, natürlich nicht. Das ist das tollste Ostdeutschland, das wir haben. Also, ne? Da gibt es sehr schöne Ecken. Habe ich mir sagen müssen. Habe ich mir sagen müssen. Jetzt musste ich gerade an was denken, aber egal. Ähm. Wir konzentrieren uns aufs Fahren. Und das heißt, dass wir erstmal hier dran vorbeifahren. Nämlich an... Ich habe es nicht gelesen. Ja, wenn man jetzt nur eine Karte hätte, auf der was draufsteht. Ja. Signale sehen weiterhin sehr gut aus bei uns. Ich bin schon sehr gespannt auf den Dresden-Riesa-Fahrplan. Auf die Fahrplan-Mod. Die ja Work in Progress nach wie vor ist. So, angekommen in Radebeul. Fast pünktlich. Hier, wo auch die Schmalspurbahn fährt. Leider hier ohne Schmalspurbahn aktuell. Dafür aber mit jemandem, der hier rumsteht. Und sich fragt... Warum stehe ich hier eigentlich? Man weiß es nicht. Ich meine, kriegt er keine nassen Haare, ne? Naja. Ähm. Okay, Türen zu. Schauen wir mal, was das Signal sagt. Das zeigt immer noch Halt an. Aber vielleicht springt das um auf Fahrt, bald wir die Türen schließen. Ne, das tut es nicht. Dann fangen wir mal nach beim Stellwerk. Abgelehnt. Dann würde ich sagen, öffnen wir auch nochmal die Türen. So, was hat sich denn vor uns geschlichen? Ah, hier ist ein grünes Signal. Da wir einmal komplett hier wechseln, kann es sein, dass hier einer durchfährt einfach. Ja, okay, es ist genau das, was ich, glaube ich, gesagt habe. Da müsste jetzt jede Sekunde ein Zug aus diesem, aus dieser grauen Suppe auftauchen. Jeden Augenblick dürften wir drei weiße Lichter sehen, die uns entgegenkommen werden. Und zwar jetzt. Huch, das war etwas sehr plötzlich. Ich habe gehofft, dass das ein bisschen subtiler passieren wird. So, genau. Und der wechselt jetzt noch einmal rüber. Und dann können wir fahren. Türen verriegele ich schon mal. Wieder. Und dann müsste das Signal jeden Augenblick sich umstellen. Jeden Augenblick. Jeden Augenblick. Oder auch nicht. Der Mensch. Heiko. Okay, schauen wir mal. Vielleicht ist doch noch irgendwas anderes vor uns. Also, wir wechseln jetzt einmal hier rüber. Da hat schon wieder jemand. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Der Fahrdienstleiter lässt einfach noch einen Zug vor, der uns hier kreuzen wird. Da ist auch grün. Da ist rot. Das wird für die andere Richtung gewesen sein. Hör, aber wer soll das denn bitte sein? Okay, liegt das vielleicht an? Ach so. Ah, okay. Jetzt wird noch einer hier von hinten überholen. Den müssen wir natürlich dann auch vorlassen. Der ist das, glaube ich, nicht. Nee, der ist auf der S-Bahn unterwegs. Dieser Zug hier. Ah, schaut an. Da ist der Übeltäter. Könnte ein Intercity sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah. Könnte alles mögliche sein, ehrlicherweise. Aber gut. Dann ist das halt so. Aber anscheinend ist der halt hier planmäßig, weil immerhin haben wir noch fast zehn Minuten Zeit, bis wir in Dresden-Neustart sein sollen. So, der Talend ist abgefahren. Also nicht im Sinne von, dass er besonders cool ist, sondern der ist halt losgefahren. Na gut, das dauert noch ein kleines bisschen. Hm? Was kommt denn da vorbei? Hä? Was waren das jetzt für Geräusche? Hat sich da jetzt noch ein Zug an uns vorbeigemogelt? Und ich habe den einfach gerade verpasst. Ja, anscheinend. Na gut. Wir machen das mal so. Ich mache einen kleinen Cut, eine kleine Pause. Und dann hole ich euch wieder zurück, wenn der Gegenzug vorbeifährt. So, da ist er auch. Und dann ist es am Ende eine 143 mit Dostos. Ich fasse es nicht. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Intercity. Aber wir haben immer noch Halt. Aber der fährt auch langsam. Der ist aber gar nicht mehr auf dem Gleis unterwegs. Hä? Okay, da ist immer noch Fahrt gegeben. Aber für wen denn dann? Weil der hat sich jetzt hier hinter uns... Achso, das war gar nicht der Zug. Da ist der Zug. Okay. Okay, gut. Da ist er. Den müssen wir jetzt vorbeilassen. Dürfte dann jetzt auch jeden Augenblick hier wiederum um die Ecke schießen. Der Güterzug. Ja, soviel zum Thema jeden Augenblick. Ja, das Leben als Lokführer ist manchmal auch wirklich mit Wartezeiten verbunden. Auch als Fahrgast übrigens. Da ist es dann auch nicht anders. Aber da ist der Übeltäter. 185 von DB Raylion. 185 zu 16 Strich 9. Mit FALNS Wagen. So, und wenn der den Abschnitt jetzt dann auch frei gemacht hat, dann dürfen wir fahren. Was auch noch mal eine Minute oder zwei dauern kann. Oder drei. Und wir warten und warten und warten. Aber ganz ehrlich, mit euch, wenn ihr zuschaut, ist auch das Warten nicht so schön. Also ich denke mal jeden Augenblick dürfte das Signal umschalten. Dürfte das Signal umschalten. Na, da ist es. Endlich Abflug. Oder Fahrt. Wir haben sicherlich schon einen Stau verursacht, aber da können wir ja nichts für. Oh. Der muss aber warten. Ja, genau. Der muss warten. So, Pech gehabt. Genug gute Züge durchgelassen. Jetzt ist das Zeit, für uns im Spotlight des Geschehens zu stehen. Our time to shine, wenn man so möchte. Und das war auch 50. Ja, wobei, okay. Im Hut sind es immer noch 120. Aber gut, wir fahren ja jetzt über die Weichen. Da werden wir jetzt nicht mit 120 drüber fahren. Sondern mit 50. Dann einmal hier rechts drüber. Und noch einen. Und wenn wir wiederum hier mit der gesamten Zuglänge über die Weiche drüber gefahren sind, dann dürfen wir wieder auf die 120 hoch. Was jetzt der Fall ist, sogar auch 160. Ich fasse es nicht, Leute. Wir dürfen sogar einmal richtig schnell fahren. Wir sind jetzt übrigens hier über diesen Streckenast gefahren, was wir recht selten gemacht haben. In den meisten Fällen fahren wir bei diesen rechten Streckenast für die selten haltenden Züge. Das ist jetzt keine Schnellfahrstrecke. Das ist, glaube ich, eher so eine Art Umfahrung für eben Intercities, ICEs, Güterzüge. Halt die, die selten halten. So, ich nehme mal den Sander noch mit dazu, damit wir mal noch ein bisschen schneller beschleunigen können. Der Sander führt nämlich dazu, dass wir mehr Traktion haben. Das heißt also, mehr Leistung im Grunde genommen umgesetzt werden kann von den Rädern auf die Schiene. Und wir somit dann schneller beschleunigen können. Ja, dem hat sich allerdings auch schon ein böses Signal voraus. Und eine 80er Ankündigung. Ja, das könnte eine Zwangsbremsung geben. Ich nutze auch hier wieder den Sander. Knapp. Aber es hat gereicht. So, AFP einmal runter auf die 80. Ab hier gelten die nämlich auch. Und beschleunigen müssen wir jetzt aber auch nicht mehr groß, denn wir sind jetzt auch schon in Neustadt. Im Grunde genommen hier hinter dieser Rechtskurve, die jetzt kommt. Können wir es eigentlich auch nur noch rollen lassen. Das geht jetzt eh noch ein Stück bergaufwärts. Das heißt also, wir werden auch noch dadurch ein bisschen langsamer. Wir sehen jetzt eine Steigung von 0,4%. Also 0,4 Meter pro 100 Meter, die wir an Höhenmetersteigung haben. Und hier ist das Licht an. Die Sonne scheint. Und ich weiß es nicht. So, einmal die Scheibenwischer aus. Ah, jetzt haben wir wieder diesen Bug hier, der irgendwie die einen oder anderen Bahnhofshallen betrifft. Ich weiß nicht, ob das, wenn man drin ist, es auf einmal so aussieht, als sei draußen einfach strahlender Sonnenschein. Wir müssen noch, glaube ich, bis zu dieser HH-Tafel vorfahren. Ah, die ist ein bisschen versunken. 140 Meter, ich glaube, das passt. Ah, dann sehen wir es. Das schlechte Wetter kehrt schon wieder zurück. So, Tür auf. Dresden, Neustadt. Wunderschöner Bahnhof, architektonisch, wirklich toll. Und wir schließen die Türen. Und ihr werdet es sehen, sobald wir losfahren, wird es jetzt schlagartig wieder anfangen zu regnen. Und die Welt wird ganz schnell wieder grau und dunkel. Aber nicht bei uns hier im Führerstand. Und... Vielen Dank. So, Dresden Mitte, ein Kilometer noch. Einmal über die wundervolle Brücke hier. Leider mit sehr schlechtem Blick auf die Dresdner Altstadt. Deshalb lohnt sich der Blick nach draußen fast gar nicht. Und mit 80 einmal über die Weiche durchknallen. Oh, das ist ein bisschen... Ja, das war ein bisschen sehr optimistisch. Weißt du, was ich mag? Die Lichtbrechung erfolgt halt nicht einfach nur so, dass das Licht dort gebrochen ist, wo die Zahl vorn ist. Sondern ihr seht es dann zum Beispiel, wenn dann hier rechts und links davon es regnet, dann ist immer noch das Licht gebrochen. Also so wie in Realität auch. Das finde ich ist ganz gut gemacht. So, Türen schließen. Zugbeeinflussung. Das war die Ankündigung auf 60. Und mit der fahren wir dann in den Dresden Hauptbahnhof ein. Leichte Verspätung von 2-3 Minuten oder 3-4. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das ist noch im Rahmen. So, da rechts kommt dann auch ein Zug. Ich sehe aber leider keinen. Ihr seht es da. Das Signal ist grün. Wird wohl ein Güterzug sein. Hier nochmal die 60 mit Vorsignal-Wiederholer. Und nochmal Vorsignal-Wiederholer bestätigen wir natürlich. Und hier die Ankündigung ab 40 und die 60 gelten ab hier. Dann stellen wir mal die 40 in der AFB ein. Und 40 gelten ab hier. Gleichzeitig wird uns ein Halt angekündigt mit verkürztem Bremsweg. Ist aber alles halb so schlimm, denn wir steuern gerade auf, ich glaube, auf einen Prellbock zu. Wobei, nee, gar nicht. Wir steigen gar nicht auf einen Prellbock zu, sondern halten im oberen Bereich. Außer wir fahren jetzt hier nach links. Oh ja, doch, das tun wir ja. Gut, also wir werden schon das Ende sehen. Das kriegen wir schon hin. So, die AFB schafft das nicht wirklich, die Geschwindigkeit zu halten? Und wir halten an, an unserer Endstation im Kopfbahnhof von Dresden. Scheibenwischer aus. So, und diesmal, äh, Scheibenwischer machen wir nochmal an. Falls irgendwie reinregnet. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir machen noch die Türen auf. Und mit diesem, was höre ich denn da? Ach da, ein Güterzug. Und mit diesem Bild von Dresden die Güterzüge ein- und ausfahren. Und hier vorne unser Dosto. Verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.